Okay Boah, die Mucke Die gefällt mir auch wieder Tatsächlich mag ich den Soundtrack von dem Spiel bislang Okay, nein! Ich wollte gerade sagen, pass auf, das hört jetzt automatisch los Ich werfe jetzt einfach schon mal Okay, ich hab aber voll HP Ich werfe einfach Schuriken In der Hoffnung nicht getroffen zu werden Scheint mir gerade ein guter Plan zu sein Würdet ihr auch so sagen, oder? Allerdings Na, oh oh Allerdings kriegt man von dem Hintergrund irgendwie voll Augenkrebs Der ist ein bisschen aggressiv, oh nein Ich hab dann oben lang gemusst, pass auf, hier sterbe ich nämlich Oder auch nicht Aber hier, es sei denn Okay, die hat mir Damage gegeben, aber ich bin nicht Wegen den Spikes gestorben Aber hier komm ich doch gar nicht hoch Oder kann man irgendwie Walljumps machen Kann man Walljumps machen? Nein Hopp, 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 nee Walljumps gehen nicht, das heißt, ich muss Darüber, okay Oh, guck mal, ein Yo-Kai Ich weiß gerade nicht, wie die heißen, aber ein Yo-Kai Oh boy Ja, Franke, du willst wieder sterben Haha Ja, danke, Micky Ja, bitte, Paul Haha Ah Tja So sieht das aus Egal Attacke Vor allem Szene Nummer 11 16 Level hat das Spiel Warte mal Ich kann das stoppen, indem ich hochhüpfe Das ist eigentlich ganz angenehm Weil dann kann ich theoretisch doch alle Gegner holen Vielleicht gibt es dann irgendwie einen Bonus oder so Wenn wir das machen Probieren geht über studieren Oh, 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 oh Hä? Okay, ich habe keine Ahnung Man muss da theoretisch hochkommen Aber ich bin anscheinend unfähig Ah Ich wusste ja, dass sie kommt Aber ich konnte irgendwie nichts tun Normalerweise würde ich von da kommen Das heißt, da würde ich keinen Schaden fressen Ich habe aber jetzt auch drei Leben Sehr gut Ja, das ist ein Yo-Kai What? Okay, cool Okay, cool Das ist ja richtig krass, Alter Ah Der Geist gibt ein Leben, siehste Okay Oh, das war fast Damage Unnötiger Damage wäre das gewesen Hoch 10 Genauso wie das Nein Ich will doch nur da hoch Okay, es klappt sogar So, weil hier Kommt diese Truller nicht Allerdings Kriegt man da die Münzen So, hier hätte man theoretisch Ein Instant Death Wenn man in die Spikes kommt Ah, Mann, ey Okay, ich Ich muss mich an die scheiß Yo-Kais gewöhnen Drei Shuriken oder vier fressen die Nein, das war dumm Das war dumm Ich sag euch, wie das ist Meine Lieben Das war dumm What? Okay, warte, warte, warte So So, lass ich das nicht stehen Wollte ich sagen Bin dann gestorben Lit Egal, machen wir das nochmal Ist ja gar kein Problem Genau, weil wir kriegen Hier ein Extra Life Den Schaden habe ich jetzt in Kauf genommen Um hier runter zu kommen Obwohl ich lieber den hätte töten sollen Lieber hier den Schaden fressen Und die Münzen mitnehmen Naja, egal Schade, dass man keine Wall Jumps machen kann Nämlich Okay So Theoretisch stelle ich mich bei denen auch nur blöd an Weil So schwer sind die Gegner nun nicht Springen, genau Okay, so aber nicht Ach, ist das schön Ist das schön Aber das Level mache ich jetzt hier noch in dieser Aufnahme Session Denke ich Es sei denn Äh, ich, äh Bin auf einmal zu Sehr frustriert Aber es sieht zur Zeit nicht danach aus Okay Warte mal Man kann doch auch Aber dann frisst man einen Schaden Aber man kann sich theoretisch alle Münzen holen Wenn ich jetzt Ah ne, ich kann gar nicht zurück Hat sie erledigt Ich kann nicht, äh Bei den Brettern wieder runter gehen Das hatte ich vergessen Das geht ja nicht Okay Drei Leben Full HP Ich frag mich nur Warum mir das Spiel Tatsächlich Hier So ohne weiteres Ein weiteres Leben schenkt Na komm Verpiss dich Okay Hier hinstellen Warten bis der schieß So That's the way Weg mit dir Oh boy Okay Wo geht's lang Da hinten geht's lang Junge Alter Hier musst du voll viel Shit Abschätzen Wo du lang musst Okay Warte Geister Weg mit euch So Oh Nein Wuhu 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 Das war so klar Ah okay Aber ich starte hier Das ist okay für mich Scheiße Allerdings Gehe ich jetzt hier Kein weiteres Leben Oh Gott ey Die Welle musst du aber Oh Gott Die Welle musst du aber Exakt reiten Sun Ich sag's dir Egal Kriegen wir hin Rüber 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 Oh boy Alter Fall Fällt die Wand hier runter Das kommt mir fast so vor Okay Zwei Leben Fünf HP jetzt Gerade Aha Nein Ich hab Ich bin dumm Ich hab grad einfach nicht an die Spikes gedacht Ne Ich hab wirklich tatsächlich grad nicht an die Verschissenen Spikes gedacht Alter Scheiß auf die Münzen Hauptsache Heil unten ankommen So Okay Ich muss vorher von dem scheiß Board runter So Willst du mich verarschen Ich bin jetzt echt zu hoch gehüpft Weißt du wenn du Gegner manchmal Kriegen willst Dann schaffst du das nicht Dann schaffst du das einfach nicht Und jetzt gerade Wo ich nicht mal hoch hüpfen will Jump ich mit einem normalen Jump Zumindest Wenn ich der Meinung ist an einem normalen Jump Spring ich genau in die Spikes Lit Okay aber egal Was ist grad in die Spikes kippen wenn du nicht hier oben bist Oh boy Bockt Frustrierende Spiele I like it I like it So Aber das Gegnerverhalten kennen wir ja jetzt Ausweichen Werfen Hier hin Warten bis der schießt Ausweichen Werfen Fast reinhüpfen So Okay Okay bis hier lief's ganz gut Den auf den scheiß ich Soll sich ficken Oh Oh Der ist sehr engagiert Der ist ja sehr engagiert Okay hier ist der Checkpoint Drei Leben Fünf HP Sehr gut Oh Da hätte ich's jetzt aber gerade fast beendet Okay jetzt wieder Die Münzen Scheiße hier Scheiß auf die Münzen Und ich sterbe wieder Das ist wunderbar So Ist ja gar kein Thema Hey Och nein Ich hab gedacht das reicht Okay Ich verschenke hier gerade Voll mein Leben Weißt du Vorher lief's so gut Ja Die nehmen wir natürlich mit Ah Jetzt kommt das wieder Okay Nein Och ich hasse Spikes Ich hasse Spikes Ich hasse Spikes Aber Gerade wenn man mal irgendwie Megaman gespielt hat Als Kind Oder auch als Erwachsener Oder allgemein Ähm Dann Sollte man eigentlich Spikes Äh Als Frustrationsmittel In Leveln Gewohnt sein So hier muss ich jetzt Runterfallen Oh Oh Und hüpfen Bitte leben Nö Die so Nö Jetzt ist ein neuer Abschnitt Jetzt muss ich erstmal wieder Wissen was Phase ist Okay hier könnte es Tatsächlich eventuell Leben geben Geht's hier weiter Ja Okay Irgendwie macht mir das gerade Sorgen Warte mal das sind Okay Rosane Plattformen gehen nach Gehen nach da Das heißt Das heißt Oh boy Oh boy Oh ich wollte gerade sagen Du fehlst mir jetzt noch Du alte Pissnase Oh ne Ach ne Hier kommt doch jetzt bestimmt Auch gleich so ne Verschissenen Laternenköppe Oder Okay Oh wir haben den Level geschafft Ich sag euch wie es ist Geil Geil Äh wenn es das eventuell mit der Aufnahme war Kann ich damit leben Ich bin zufrieden Ich hab Progress Wir sind In Level 12 von 16 Okay da kann man hoch Ja Oh wenn hier oben Gegner kommen Die man so nicht sieht ne Ich guck nur mal rein in den Level Vielleicht machen wir den Level noch Vielleicht aber auch nicht Das sehen wir gleich Das sehen wir gleich Okay Rüber 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 Oh nein Fickt euch doch Einfach weiterlaufen Ich scheiße jetzt auf die Ja super Jetzt kommen hier diese Ultra Zen Meister wieder Und der trifft mich Ach fickt euch Okay 3 HP 2 Leben Kein Problem Gar kein Problem Okay hier geht's auch lang Aber ich will erstmal Nein ich kann die Wünsche nicht holen Nein Wurde ich denn von da oben runter fallen müssen Und hier kann ich ja auch nicht runter Okay das ärgert mich Das hätte bestimmt ein extra Leben gegeben Okay Flammenwerfer Kein Problem Sag ich jetzt Und gleich wird's wahrscheinlich zum Problem Spätestens wenn irgendwelche dösligen Gegner kommen die fliegen Okay Timing Oh Oh boy Oh boy Ich wäre jetzt fast noch in ihn reingeschammt Ey Nein Oh man Pranke Du weinst wie ein Mädchen Das könnte daran liegen Dass ich ein Mädchen bin Schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht fühle ich mich ja als wunderhübsches Mädchen Man weiß es nicht Ich weiß es vielleicht selber nicht Jetzt wo ich so drüber nachdenke Ich bin ein wunderschönes Mädchen Und äh Ich werde getroffen Ach ja Warte Ich kümmere mich erst um die Und dann um ihn Das erscheint mir besser Ich frag mich immer noch wie man da hinkommt Was ich da übersehen habe Okay Flammenwerfer Auf so beschissenen Stein rumhüpfen darf Okay Nein Ja Wollte grad sagen Jetzt den Damage Nutzen Oh Gott Alter Ist diese Stelle mein Aus? Nein Aber die eventuell Yep Okay Ist aber auch unfair Wenn man nicht weiß Was da kommt Gut Oh ich bin zufrieden Ich würde sagen Das war's für diese Aufnahmesession Für heute Ich mach dann lieber ganz entspannt Morgen weiter Wir haben ja einen kleinen Progress Und ja Ich hab jetzt ein bisschen Zeit gehabt Ich hab die Zeit genutzt Es ist nicht ganz so spät Und ja Ich bedanke mich Wie immer Fürs Zusehen Und ja Ich würde mich freuen Wenn ihr mich weiterempfehlt Wenn ihr mir einen Daumen da lasst Etc. pp Ihr kennt das Und ja Bis zum nächsten Mal Meine lieben Tomodachis Ciao Ciao